Die ist auch ganz einfach. Die Frage ist, wieviel Gläser Wein habe ich Intus und Reaper gleich mit zwei. Und das ist natürlich richtig. Reaper ist der zweite Gamer-Unpaint-Seite. Die richtige Antwort wäre ja gewesen Null. Du hast die Gläser ja nur getrunken, du hast sie nicht eingenommen. Aber ich habe gerade gedacht Intus. Ja, ja, eben. Dann schlage ich dir auch gleich vor. Eigentlich tun dir noch Raymov vorschlagen und dann... Nee, Reaper meine ich nicht Raymov. Oh Gott. Ja. Heute läuft alles irgendwie seltsam, denn ich bin leicht angefeiert. Ja. Wir spielen mit den Main Races und das heißt Zerg Zerg versus Trotus Trotus. Das wird eklig. Das wird eklig. Das wird eklig. Das wird Bronze Gold gegen Bronze Diamond. Ja. Und Reaper ist richtig gut. Ja. 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 Ich bin für Handicap. Ja, wie viel soll er machen, wie viel Handicap? 10? 20? 80%? Also, dass er auf 80% steht? 20%, das wären dann 80% auch. Das finde ich okay. Okay. Da sollte man wirklich die 85% einführen. Ja. 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 Ähm. Okay. Ready? Fragezeichen. Und ich muss, eigentlich müsste ich jetzt Musik anmachen, weil ich kann eigentlich nicht spielen ohne Musik, aber ich bin im Stream und ich kann keine Musik anmachen. Dann solltest du vielleicht die Musik auslassen, vielleicht ändert das mal was? Nein, ich kann auch ohne Musik spielen, aber ich bin dann, ja, wie soll man sagen, entspannter. Okay, dann spiel doch einfach und mach dir selbst Musik. Du könntest singen. Nein, nein, nein. Nein, ich brauche noch Trance. Leute, mach einfach Go. Ich nervte mich. Ach, ich bin Host. Entschuldigung. Ja, du bist Forst. Ja. Im Augenblick bin ich wirklich der Horst. Ja. Und ich hoffe, dass die beiden den Stream aushaben. Ich hoffe auch. Was spielen wir eigentlich gegen die beiden Roach-Dücher? Ich wollte auch gerade sagen, ich würde einen Roach-Push anschlagen. In ziemlich frühen. Nein, ich spiele nicht. Ja, genau. Crazy. Crazy hat es erfasst. Sie sucht erst die Smileys und klickt dann. Nein. 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 Nein, ich suche nicht die Smileys und klicke dann. Und ich suche nicht. Hast du denn schon Smileys auf dieser Map gefunden? Nein. Nein. Das ist schlecht. Ihr seht jetzt, wie scheiße ich spiele. Für einen Sieb. Und das ist interessant. Ich bin kaum wieder in-game, drücke ich auch wieder Frust und Hauch. Ich auch. Das ist ganz süßig. Das ist so ein Phänomen, das kenne ich aber auch. Oh, fuck you. Entschuldigung. Keine Kraftaufdruck im Stream. Ich hatte... Achso, genau. G-L-A-F-G-G. Ja. 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 Kira... Wie war das? Da gab es glaube ich einen Stream, der hieß Watch Me Fail und so. Ja, das könnt ihr jetzt bei mir auch zuschauen. Kira failed und... Das war bestimmt episch. Kira hat... Ja. Das war's fehl. Ja. Mensch. Was denn? Was machst du denn? Ich krieg mein... Ich schaue gerade nicht auf die rein. Ich hab... Ich hab ne Probe in der Base. Schön! Für die Probe, mein ich. Das glaube ich jetzt eher weniger, dass du mir da die... Das Ding kaputt machst. Ups. Ups. Entschuldigung. Ich hab hier ja gerade ein paar Probleme. Ja. Was hast du denn? Ich hab gerade ein Fail begangen. Das ist kein Problem, das ist ein Probe. Nein, ich hab gerade ein Fail begangen. Weil das hat mich jetzt sehr abgelenkt und jetzt hab ich voll Overmints. Und das war jetzt gerade episch schlecht. Tut mir leid. Ich würde ja Larven geben, aber... Ich tue mich nochmal bei unseren Viewern entschuldigen, das war gerade siebeschnell. Du könntest aber gleich auch mal die stillen Ecken. Nein, du hast gar keine, die hat nur ich. Verdammt. Wie von mir her ganz fix eine Drohne geguckt hat, ey. Und? Pain leckt! Ja. Achso, ich... Ja, okay. Ich wollte gerade fragen, ob du dein Loch schon in Auftrag hast, aber du bist noch mit dem Pool beschäftigt. Ich... Ich... Du... Ich wurde gerade so extrem abgelenkt. Das... Ja. Ja, ich wurde extrem abgelenkt, weil ich gerade voll gefehlt hab, was Dingstechnisch angeht. Aha. Hm? Hm? Ich... Ich bin fasziniert. Warum? Ähm... Was Dingstechnisch angeht. Achso. Meine Katze nervt schon wieder. Oh, das ist typisch für sie in dieser Zeit. Guck mal, da will mich der doofe Pain doch tatsächlich kennenlöschen. Das werden wir versuchen zu verhindern. Und das haben wir erfolgreich verhindert. So, ich brauche den nächsten Tisch. Wie machst du eigentlich Speedling Upgrade? Äh, ich hab's im Bau, ja. Ich fänd's aber viel schöner, wenn... Ach, dann... Wurzeln ist da. Sehr schön. Ähm... Machst du gleich ein R-Tech? Um ein bisschen zu stressen? Hm? Was für ein Tech soll ich machen? R-Tech? Weil ich sie gerade dazu schon, äh... Achso. Ja, du kannst gerne den R-Tech machen, beziehungsweise ich kann gerne den R-Tech machen, wenn du möchtest. Da stehen schon ein paar Settles von uns vor der Tür. Ja. Die sind schon wie vor. Und der hat dann ganz dreist einen Wurbelpfeil in den Gesetzt. Ich geh auf den Wurbelpfeil, ne? Mach das! Ich geh auf den Wurbelpfeil, ne? Mach das! Soll ich auf den Leer gehen, oder soll ich auf den Hydraliskenbau gehen? Äh... Bei nem R-Tech ist, äh... Wär das auf jeden Fall... Ne? Mhm. Da wär, äh... Ne? Ja, aber du brauchst mal ein bisschen Gas. Hab ich nämlich nicht bei dem... Dann, äh... Mhm. Jo... Ist, äh, wäre ja übrigens ziemlich geil, wenn du gleich ein paar Länge mit hochstecken könntest. Selbstverständlich. Und ich sehe gerade... Warum hab ich denn so viele U-Bahn-Lots? Sind denn in der Gruppe und da sind welche? Ähm... Ich brauch mal ne Expansion. Am Stringen sogar. Ich hab so viele Overmans. Ich brauch mal ne In-Base-Exe. Könntest du deine Länge mal hochstecken, dass ich viel krieg? Ja. Sind doch bei dir. Okay. Das sieht nicht gut aus. Ja, wenn du ne Expansion brauchst, dann, äh, würde ich vorschlagen, baue eine. Bin auf dem Weg. Das klingt jetzt erstmal nach nem ziemlich wagemutigen Plan, aber... ... das, äh, hilft meistens. No risk, no fun oder weniger, dass... ... und ich merke gerade, dass die verdammt langsam sind. Von der Creep. Ja. Zieh die Linke zurück. Die sterben unnötig. Ich hab gerade gehört, dass mein Leer fertig ist. Und das heißt, ich kann mir zu? Das find ich gut. Das ist... Das find ich gut. Sie haben nämlich ne ganze Menge an, äh... ... an Geld hier jetzt. Oh, sie haben meine Exer entdeckt. Das ist, äh, gut gemacht. ... hinein und... Super Sache. Ja! Ja. Das Game läuft so vor sich hin. Genau. Das Game läuft und ich brauch dringend eine Exer. Ja. Ach, der hat nen Rob-In-Pile an da drin. Können wir den mal bitte kurz kicken? Ähm... Ja. Du hast doch Muten. Versuch's doch damit. Ich will dir nicht früh genug... Ich will dir nicht, äh... ... so schnell zeigen, dass ich Muten habe. Da kommt auf jeden Fall schon was Interessanteres. Ja. 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 Wir sollten wirklich gucken, dass wir jetzt, äh, uns irgendwie hier raus befreien. Ja. Mhm. Ja. ... Als Castor würde ich jetzt sagen, schöne Forcefields. Als Geschädigte würde ich sagen, scheiß Forcefields. Warum geräuschen die Wut nicht? Die machen nicht das, was ich will. Vielen Dank.